So, hallo, 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 heute spielen wir, äh, Pro-Pancier, hier, so, Heidenseek, und ich kann mich jetzt so, als Probs, zum Beispiel, hier, so, so, ein Dierschwert hier, ähm, so, äh, hier, verstecken, und, genau, es gibt immer solche Suche, und die müssen mich praktisch, also, finden, leider kann man sich nicht nur das Block hier verstecken, nur hier als solche Spitzhacken, das heißt, es gibt richtig gute Verstecke hier, so, kann ich hier irgendwie, irgendwie, dass mich der Seeker nicht sieht, wenn ich tot bin, ähm, also, wenn mich wer findet, ich hab drei Leben, also, ich muss mich dreimal schlagen, das ist mir jeden so, dann, ähm, dann bin ich praktisch auch am Suchen, und muss auch suchen, so, kann man hier, hier irgendwie ran, okay, ich glaube, ich kann mich in, relativ schlecht verstecken, oh, da ist schon, ja, oh, 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 er ist einfach weiter gerannt, okay, okay, kann man sich, oder, warte mal, kann man sich hier auch, nee, man kann sich nicht hier das TNT, äh, verklärten, und kann sich leider hier noch, nur, als, äh, Schwerter und Spitzhacken hier verklärten, leider, es hat mal, auf der Pixel hier, einen Modus gibt, der, äh, wo man sich als Block, ähm, hier verstecken hat können, aber, jetzt nur irgendwie mit, solche Spitzhacken, und mit solchen Props, so, es heißt, Proppanz, okay, kann ich hier irgendwo ganz hoch, das ist doch richtig cool, oder kann ich hier ganz hoch, nee, oder, oder kann ich hier ganz hoch, oh, und der, ich sehe schon zwei Sucher, das Ganze gar nicht gut, oh, und, kann ich mich hier irgendwie verstecken, ah, ich kann mich auch im Block reinsetzen, okay, ich gehe mal rum, sieht ihr mich? nee, 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 okay, ich glaube nicht, dass ihr mich seht, oder? ich glaube, die ganzen Reste Blöcke hier ab, ich glaube, die können, ähm, hier Blöcke abbauen, ich glaube, das ist, nicht gut, wir können alle Blöcke praktisch mit One Hit abbauen, 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 so, ich, ich, ich bin jetzt unsichtbar, aber für die bin ich nicht unsichtbar, also, für die bin ich unsichtbar, ich sehe mich hier, okay, ich hoffe, der kommt nicht, ich glaube, die kommen nicht, okay, okay, hier ist auch einer, die kommen hier nie im Leben hoch, oder? Kommen die hoch? okay, ich gehe weiter rüber, irgendwie muss man ja, hier ganz hoch kommen, oder? Irgendwie geht das sicher, wir sehen halt dieses Schwert hier, rumspringen, was nicht gut ist, ich gehe wieder ganz rüber, ich glaube, da ganz drüben, was am besten, das Ding ist, es leben halt jetzt noch, also es leben noch fünf, Sucher und fünf Verstecker, ich bin einer von dem Verstecken, oh, und da ist einer, oh, oh, kommt da, Küsse macht der Typ hier, ich muss eigentlich wieder darüber, was ist ein bisschen, so macht er, Princess Potato, ich glaube, der haltet hier nur Ausschau, beziehungsweise Wache hier, okay, geht weiter, ich könnte, ich soll es probieren, ich weiß nicht, okay, ist runtergeflogen, unsere Chance nämlich, schnell, 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 oh, da vorne ist auch einer, oh, hier, schnell, hier, und hier, bam, und hier, verstecken, es hätte unser Ende sein können, ich glaube, sieht man mich durch die Wand, oder, ich bin hier leicht in der Wand, oh, hier kommt einer, oh, der hat einen 1x1, okay, der Princess Potato kommt, ich glaube, der, oh, kommt da, oh, die mich, oh, 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 ich bin tot, okay, das heißt, leben noch, genau, es lebt doch genau, ein Haider, okay, dann Marking Tool, das ist ein Marking Tool, okay, okay, es lebt genau, noch ein einziger, das ist wahrscheinlich, irgendwie hier hochglitscht, so, ist, ist er das, in dem Leben, oder, okay, das ist ja nicht, dass er eine normale Spielzeuge in den Boden liegt, und hier kann man ja auch rein, lol, in dem Leben, dass man den hier findet, wo ist er dann, der Typ, hier, irgendein Spielzeuge wird wahrscheinlich sein, ich glaube, die haben schon alle gecheckt, okay, die schwebt auch in der Luft, ich dachte schon, das ist der Typ, leider ist das hier kein Typ, der eine schießt hier, dass ich hoffe, ich hoffe, ich finde gleich, wo ist der Typ, kann es sein, dass er irgendwo in der Ecke ist, ich glaube nicht, dass er da vorne ist, ich glaube, hier ist er irgendwo in der Ecke, vielleicht oben irgendwo, okay, ich glaube, ich kann doch keine Blöcke abbauen, okay, schade, oh, wo ist denn der, ist er das hier, okay, das ist er nicht, oh, oh, wo ist er denn, oh, okay, wir haben gewonnen, nice, also eigentlich haben wir nicht gewonnen, aber, äh, ist die Sieger gewonnen, okay, das sehen wir uns gleich in der neuen Runde, so, ich bin jetzt wieder, ich habe jetzt wieder, ich habe viele Propsticks hier, okay, was bin ich, ich glaube, ich bin gar nichts, oder, okay, ich glaube, ich kriege gleich einen Prop, oder, ich kriege gar keinen Prop, okay, ich versuche mal hier irgendwie, einen guten Prop zu bekommen, oh, okay, lol, was, please wait before using camouflage, ah, lol, man hat einfach immer, warte mal, warte mal, hat man immer eine andere Fähigkeit, oh mein Gott, ich bin auch im Holzblock, okay, äh, okay, man hat anscheinend immer eine andere Fähigkeit, okay, das ist cool, okay, ich muss irgendwo mich hinhocken, wo es keinen auffällt, ich glaube, hier, fällt das auf Nähe, oder, das fällt nie im Leben an, also, wenn mich jetzt einer sieht, dann bin ich, dann habe ich eigentlich gewonnen, oh, okay, okay, lol, kann Flosch gehen, nur für ein paar Sekunden, okay, 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 er rennt nicht, okay, das ist gut, okay, er hat mich noch, glaube ich, nicht gesehen, hat mich noch, hat mich gesehen, hat mich nicht gesehen, oh, mein Gott, oh, 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 hat mich gesehen hat mich gesehen oh mein gott ich habe mich schon gesehen oh mein gottes das ist richtig genug oh mein gott oh gott ich mache auch mit dem ich glaube ich im flug hinten das ist nicht gut ich konnte ich da ein bogen okay wo er hat ein bogen das ist nicht gut oh 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 mein gott oh mein gott oh mein gott es ist so knapp oh mein gott er schafft nicht mich auch zu killen und ich habe genommen es schafft es nicht oder okay er ist jetzt weg gerannt ok 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 ich bin es gerade ok jetzt hat es noch zwei minuten 52 noch da ok ok left click to stand right click to pop swap the profit so so b ok 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 ich muss kurz warten bis ich den stunnen kann ok 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 er ist der universe er ist gestanden Hat er mich gesehen? Als ob er mich nicht gesehen hat Lol, okay, okay, ich renne wieder vor ihm Vielleicht kommt er hier jetzt Ich kann gleich wieder stunnen Ich hab schon wieder gestunnt Oh gut Okay, warte Okay, okay Ja, er rennt wieder nach So witzig Oh mein Gott Alter, hab ich jetzt nicht hitten Okay, ne, ich renne mal hier nach Und stunne wieder Ich hab wieder gestunnt Oh mein Gott, ich trolle halt rein Oh, 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 oh Nein, okay, ich bin tot Oh nein Okay, aber ich hab richtig halt getrollt Okay, dann suche ich jetzt mal Eine normale Suche hier Okay, wo sind die Sucher hier? Also die Sucher Die Verstecker Und ich glaub, hier im Eck ist safe einer, oder? Ne, ich ist keiner, okay Das erwundert mich Okay, dann darf ich sicher irgendwann noch dabei sein Als ob hier keiner hier irgendwas ist Okay Kann ich die nur mit dem Siegerbow abschießen? Ich weiß nicht Marking Tool, okay Marking Tool gibt's anscheinend auch Auch, dass man weiß nachher, wo der hingegangen ist Als Sucher ist gut Aber wo ist hier? Hier ist da, da ist definitiv einer Lol, das war wirklich einer Oder ist er noch da? Ich bin schon Ich hab ihn schon getötet Okay, nice Oh mein Gott Okay, eine Kill hab ich hier schon Okay, hier ist auch safe irgendwo einer drinnen Okay, okay, okay Okay, der eine ist auch schon dabei Aber wir haben nur mal 25 Sekunden Was relativ schlecht ist Oh, oh Wo haben sich die alle versteckt hier? Okay, okay Ich glaub da vorne, das Wert ist nicht real Oh, ist es real? Okay, ist echt Und da ist einer Uh Uh, okay, okay, okay Nein, ich hab ihn nicht mehr bekommen Oh mein Gott, egal Okay, Top Seeker, Virtual Universe Der hat auch zu alle getötet Der hat einen getötet, oder? Okay Nee, Seeker ist left Nee, ich hab einen getötet Warum ist der? Okay Ja, Reb Das war's jetzt mit der Folge Heiden Sieg hier auf der Pixel Wenn ihr mehr Heiden Sieg wollt Vielleicht mit dem Tobias Oder mit dem Flo Dann lasst Like und Abo da Und Ciao Bis zum nächsten Mal Ciao Bis zum nächsten Mal.